Nach der Wintergerste die zweitgrößere Kultur mit dem Namen Gerste. Ich habe am Tisch sitzen meinen Kollege Roland Schmidt, der schwerpunktmäßig den Bereich betreut. Richtig, Oberfrangen, Oberpfalz, Rhön-Grabfeld. Okay, das ist schon mal das Sommergerste-Gebiet, Roland. Und deshalb die Frage an dich. Wie bekämpfen wir Ramolaria und Koch in den Sommergersten wirtschaftlich und nachhaltig? Und auch welche Gerstenfungizide bietet denn die BASF in 21 an? Ja, lieber Helmut, ein wichtiges Thema, gerade was den Bereich gesunder Heilung der Sommergerste, Vollgerstenanteil und Ertragsabsicherung anbelangt. Und die BASF ist hier in erstaunlich glücklichen Lage, dass wir tatsächlich nach dem Wegfall von Chlortanonil und damit auch dem Verlust einer sicheren Bekämpfung der Ramolaria eine echte Alternative anbieten können. Wir haben bis im letzten Jahr, das Produkt steht auch wiederum, heuer zur Verfügung, bereits mit Revitrex Comet getan, auch mit sehr guten Erfolgen und guten Ergebnissen. Aber jetzt haben wir eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die wir unseren Kunden anbieten können. Neu, da ist auch eine Schwerpunktsetzung, ist unser Balaya, das werde ich Ihnen gleich noch vorstellen. Die Möglichkeit bei stärkerem Mehltaubefall ein Revistar Flexity einzusetzen und auch die Möglichkeit neu ein Revitrex Solar anzuwenden, ähnlich in der Wintergerste. Wir kommen noch zu diesen speziellen Situationen. Und es wird auch entsprechende Kundenlösungen geben. Nichtsdestotrotz, glaube ich, sollten wir uns nochmal konzentrieren und einen Schwerpunkt setzen in dieses neue Balaya. Es setzt sich zusammen, zum einen aus dem Wirkstoff Revisol, der ja uns dieses neue Azol, das Paket gibt, auch der Ramolaria-Leistung, die sich auch letztes Jahr sehr stark bewertet hat. Und das Ganze ist in Kombination als Fertigprodukt mit unserem bekannten F500, dem Pyrrachostropin, mit diesem wir dann auch die Netzflecken komplett abdecken. Insgesamt haben wir ein sehr rundes Produkt, das auch in allen anderen Getreidearten zugelassen ist. Und in so klein strukturierten Gebieten ist das natürlich dann auch immer ein Vorteil, wenn man es sehr flexibel einsetzen kann. Vielleicht noch ein Gedanke zum Mehltau. Der spielt ja in der Sommergerste in bestimmten Sorten immer wieder mal eine Rolle, zum Beispiel bei der Avalon. Balaya, der Wirkstoff Revisol kann tatsächlich auch eine gewisse Mehltau-Leistung bringen. Und in der Gerste ist es durchaus ausreichend, sodass wir also auch eine Spritzfolge aus Balaya und einem folgenden Produkt ansetzen können. Roland, fällt mir gerade ein. Da wird ja immer gesagt, Resistenz von Mehltau. Ich glaube auch bei der Sommergerste trifft das noch nicht einmal auf die Wirkstoffe so zu. Gegen Sommergerste und Mehltau wirken die doch noch recht gut. Die sind sehr einsatzreich. Ja, in dem Bereich haben wir also nach wie vor eine gute Wirkung. Und wie gesagt, da bietet sich das an, wenn da mal speziell die Situation ist. Dem umfangreichen Produkt zu lassen, habe ich schon angesprochen. Was ich auch noch mal erwähnen möchte, ist beim Balaya der Vorteil, dass wir also keine Gewässerabstände, keine Hangauflage haben bei entsprechender Düsenauswahl. Das ist ganz entscheidend in so kleinstrukturierten Gebieten, in denen ich arbeite. Und dann kommt noch dazu auch die Gebindegröße. Wir haben in vielen Bereichen unsere Pax nur 10 Hektar Pax angeboten. Und hier haben wir auch 5 Liter Produktbalaya, somit, dass ich auf dieser kleinen Struktur sehr gut zurechtkomme und Alternative tatsächlich anbieten kann und da auf den Schwerpunkt reinlegen möchte für unsere Kunden. Welche Versuchserfahrungen haben wir jetzt gemacht mit den Mitteln in der Sommergerste? Also das ist auch ein Vorteil, sage ich einmal, wir arbeiten ja so ungefähr seit 3-4 Jahren mit den Produkten Revosol und Revitrex und Balaya. Und die Versuchserfahrungen so, dass wir einen deutlichen wirtschaftlichen Mehrertrag erreichen und dass der Unterschied zwischen einem Revitrex mit 1,5 Liter und einem Balaya mit 1,2 Liter in der Sommergerste quasi sich die Waage halten. Und damit kann ich beide Produkte tatsächlich dem Markt anbieten und empfehlen. Wichtig sind in diesem Zusammenhang die Kosten auch. Eben, denn sonst könnten wir ja auch wie in der Wintergerste fahren mit den 1,5 Liter Revitrex. Aber du hast es gesagt, von der Wirtschaftlichkeit her, liegst du mit dem Balaya in der Sommergerste ordentlich da. Ja. Stehen wir ordentlich da. Das ist nochmal sehr günstig. Und das wäre auch nochmal die Frage gewesen, weil du ja auch manchmal aus den trockenerer Lagen, Unterfrangen und so weiter kommst, ob wir dann immer die vollen Aufwandmengen brauchen oder ob es dann doch etwas preiswerter geht, wie du gesagt hast mit Balaya. Also prinzipiell sollte man sich ja in solchen Bereichen, was Aufwandmenge, Reduzierung anbelangt, immer an die Natur halten. Was habe ich für Infektionsgeschehen? Was habe ich für eine Ertragssituation? Und da ist ja das Schöne, dass ich dann tatsächlich spielen kann. Ich habe vorhin schon mal die Situation mit der Avalon erwähnt. Sollte tatsächlich Mehltau frühzeitig sein, dann kann ich ja Balaya vorwegsetzen und gefolgt dann von einem Revitrex. Dann gibt es also auch eine Doppelbehandlung und dann kann man auch das mit entsprechenden Aufwandmengen zu einer wirtschaftlichen Maßnahme führen. Das heißt als Fazit, Schwerpunktempfehlung in Bayern wäre 1,2 Liter Balaya als Einmalanwendung in der Sommergerste. Zur Absicherung, wie gesagt, des Ertrags, zur Absicherung auch im Bereich der Rambularia bis hin zu den gesamten Krankheiten, die wir in der Gerste suchen. Und wir haben ja auch immer so eine Befragung von den Landwirten und Kollegen, was die einsetzen in der Sommergerste. Und da kommt in Bayern raus, grob. Wir sind so in einem Bereich von Kosten um die 56 Hektar, Euro pro Hektar, die eingesetzt werden. Die die Landwirte einsetzen. Richtig. Und da kann man sich darauf freuen, da in dem Bereich, wenn wir uns gut positionieren. Und das ist natürlich für mich auch im Vertrieb Vorteil, wenn wir Produkt entsprechend mit so einer hohen Leistung und dann auch preiswert anbieten können. Dass man im Markt passen kann. Vielen Dank, Roland, zum Überblick zum wirtschaftlichen und nachhaltigen Einsatz hier von Fungiziden in der Sommergerste. Mir bleibt noch Ihnen, verehrte Zuhörer, verehrte Landwirte und Landwirterinnen, alles Gute zu wünschen für 2021. Allen zusammen wünsche ich, dass noch ein bisschen Niederschlag kommt. Und jetzt mit Schnee oder später mit Regen, sodass wir dann auch wieder gute Erträge in 2021 einfahren können. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön.